mein gott herzlich willkommen zurück zu hexit mit julia hallo wir müssen jetzt noch mal hoch ja wenn ich wenigstens in den stufen sind löcher ja da bin ich vorhanden durchgefallen der könig steht schon bereit hier er hat kein schild mehr wir können ja hoffentlich jetzt besiegen ich bin mit dem leben noch nicht voll aber ich versuch es trotzdem mal ein bisschen von der seite zu supporten ist was los wenn du einfach drauf fließt haben wir ihn jetzt das andere schwert nutzen soll gut hat er jetzt irgendwas gefloppt ich glaube schon ja eine trophäe licht trophy ein zepter mit aufladungen ich glaube das kann man als waffe nutzen und ansonsten verzauberte gold sachen okay er ist schon irgendwie cool gewesen dabei aber jetzt nix riesen außergewöhnliches hier gewesen er hat keine schuhe gedroppt dafür zwei helme in den seiten gängen irgendwas einen so lang seiten armen gehen und das eine ist sogar ein bisschen versteckt mal gucken ob hier irgendwas ist da habe ich noch irgendeinen block ja ich hätte noch wolle mal kurz da ist was oben wir haben jede menge spinnen ja es sind immer so kleine räume mit spinnen spauern da ist ne kiste transformation powder alles mitnehmen ok weiß das was wir brauchen na gut jetzt haben wir alles mitgenommen kann man später noch mal um sortieren die ganzen spinnen die ich höre hier nebenzimmer ich bin einfach mal nach ganz oben einfache drauf geflogen auf die burg damit wir wirklich wissen wo der höchste punkt ist ich hab's gefunden wo die sind ui die da machen da ist irgendwer da jemand da oben wo feuer verschießen kann ach du bist da auch jetzt gerade oben ich bin ganz oben drauf und ganz oben ist noch mal ah du kämpfst da gerade mit den spinnen ja irgendwie sowas in der art ok haut hin haut hin haut hin ja das ist ein spinnenboss 40 ist er noch jetzt ah ja ich hab da von unten da rein gekämpft da kommt halt hier ihr spinnen wollte er nicht sterben die greifen mich an also die rechnen ach so ist hier jetzt nix gewesen ok noch was aua du hast was bekommen von dem spinnenboss was war das ähm neen ähm living metal glaive schadness 3 nicht ob ich's brauche aber naja naja mal gucken ansonsten weiß nicht ob von den seitenarmen noch irgendwo was interessantes dabei ist keine ahnung Siehst du noch irgendwas Interessantes von oben? Ne, ich bin gerade nach ganz, zum äußersten Turm geflogen, aber da war auch nichts. Okay. Oh, dass du da bist. Ich bin gerade oben drauf noch. Ich bin gerade innen drin und kämpfe mich runter. Fall doch einfach runter. Stimmt, ich habe ja die Feder, ne? Ach, deswegen habe ich keinen Schaden genommen gehabt. Ne. Ach, ich habe die Feder im Rucksack gepackt. Ich schlau. Ganz gut gemacht. Ja, jetzt greifen sie mich hier auch noch an. Die blöden Zombies. So, Feder wieder zurück auf den Montag. Super. Ja, nein. Na komm, runter da. Zack. Schon klasse mit so einer Feder im Rucksack. So. Bin draußen. Okay, vor der Burg. Mhm, der Eingang, wo wir reingegangen sind. Wird jetzt aber nicht unbedingt die zweite Burg auch machen wollen, weil so wirklich was war da. Ja, jetzt auch nicht. Na, ich weiß nicht, was diese Licht-Trophy bringt. Und, äh, warte, ich habe hier ein Zepter. Ich nutze das mal. Funktioniert ja wundervoll. Ey. Doch, hat funktioniert. Ne, das zieht irgendwie Leben ab. Okay, äh, wir können ja mal weitergucken, was es noch so gibt. Wir sollen ja ein Labyrinth suchen. Ich bin so weggegangen. Ich möchte was ausprobieren. Bleib mal kurz stehen. Ich muss mal was ausprobieren. Ne, passiert nichts. Ich weiß nicht, was das ist. Was denn? Transformation Powder. Naja. Finde ich mal raus. Oh, später noch. Hm. Oh. Ja, wir müssen ja ein Labyrinth finden. Hm. Guck mal, ob wir so was finden. Willst du ein Rentier reiten? Tropfen Fleisch, die kann man töten. Ich will die reiten. Guck mal da rechts. Bäume, die ist ja nix. Die sind einfach nur da, dass sie da sind, ne? Ja, aber da hier ist so ein komischer Baum wieder. Also, ne, ist aber auch ein ganz normaler. Gibt denn das hier für Geräusche? War das spannend, oder? Wir sollten mal auf einen Baum, um uns umzugucken. Der eine da. Der Baum macht mir Angst. Ich weiß nicht, ob du hinter mir bist. Ah, leider nicht, oder? Ne, ich höre, dass ein Stab immer später ist. Aber, glaube ich, meiner. Ja. Ich hab meinen Stab momentan nicht. Mein ist kaputt. Da sind Würmer drin. In einem Baum. Sag mal mal wieder gerade, wo du bist. Ähm. Siehst du diesen braunen Fleck am auf der Karte? Diesen hellbraun? Ja. Ich bin mehr oder minder direkt dort. Achso, das ist ja die Burg. Ach, scheiße. Ich hör dich. Ich hab dich gehört. Wo bist du denn? Da bist du. Guck mal, das sind Würmer im Baum. Ich höre auf jeden Fall auch was. Ja, die machen diese Geräusche, die Würmer hier. Das ist die Firefly da oben. Was ist denn, wenn ich da jetzt, die mir jetzt da raushau? Dann hab ich jetzt, ich hab jetzt eine Zikade. Toll. Was kann ich mit der machen? Eine Wand setzen wieder. Wahrscheinlich. Nur damit die dann nervt, so quasi. Okay. Ihr habt's verstanden. Ja, ne lustige Sache hier. Was ist das hier? Ja, sowas hab ich vorhin schon mal gesehen. Ich hab mir dabei jetzt nicht viel gedacht. Was sind das hier, die Menschen? Ach, da kann ich zwischen den Dimensionen umschalten? Cool. Die Karte ist jetzt auch nicht sonderlich Spannendes zu sehen. Ich bin mal gespannt. Willst du schon wieder weiter? Äh, ich stehe auf dem Baum. Ah, okay. Wollen wir geradeaus weitergehen? Von unserem Spawnpunkt weg. Äh, geht, 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 geht. Und tot. Weil die Summen noch immer so hinterher, obwohl sie eigentlich schon tot sind. Über den Hügel drüber vielleicht, oder? Mhm. In der anderen Welt, äh, in der normalen Welt müssen wir auch zu der präten Insel nochmal zurück. Ich gucke mal, hier ist eine fliegende Insel. Vielleicht sind die ja hier anders. Mhm. Äh, ich glaube nicht. Äh, ist das Skelett? Ach, backt's jetzt wieder? Na, klasse. Ah. Aber ich glaube, wir kommen zu was Richtigen, wenn du weiter geradeaus gehst. Ich bin hier gerade mal kurz in der Höhle drin. Ja, ich glaube, wir haben was gefunden. Hm. Die Höhle oder was? Nee. Nee, nee. Lauf einfach, äh, du musst über den Berg noch kommen. Okay, nee, aber ich bin gerade noch kurz hier in der Höhle drin. Nehme hier noch kurz ein bisschen was von der Kohle hier mit. Aber der Server buggt heute. Das ist ja nicht normal. Vielleicht liegt es aber auch an diesem Twilight Forest. Das kann natürlich auch sein. Weiß es nur leider nicht. Aber es ist halt schon etwas ärgerlich, wenn es so buggt. So. Und hier. Okay. Jetzt habe ich nämlich nochmal ein bisschen Kohle. Ich bin hier mal gespannt, was du da gefunden hast. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo genau du bist. Ach, ich bin noch vor dem Berg, aber in diesem Berg drinnen gewesen. Nein, Entschuldigung. Es ist ja ekelhaft heute. Wir sind heute. Also das könnte heute noch das ein oder andere Mal passieren, nicht wundern. So. Einmal, dass ich da rüberkomme, so ganz ohne Stab. Aber das haut schon hin. Zack. Zack. Ich kann dir noch einen Stab geben. Ach, das ist nicht so schlimm. Das passt schon. Ich baue mich hier schon hoch. Danke. Ah. Ganz sparsam damit umgehen. So. Einfach geradeaus drüber fliegen. Na, ich hüpfe drüber. Ich will ein bisschen den Stab sparen. Doch, der letzte, dann ist den, dann hab. So. Da unten ist jetzt was. Kommt so aus eine freie Fläche. Ist auch so eine freie Fläche auf der Map? Wo einfach nur Wiese ist. Kein Wald oder sonstiges. Stückchen weg, oder? Bist du einfach nur geradeaus geflogen. Ja. Also ich gehe geradeaus. Und ein Stück von über dem Berg weg. Ah ja, jetzt kommt was. Auf der Karte sehe ich es gerade. Uh, was sind das hier für Bäume? Über diese komischen schwarzen Bäume hinweg. Ja, ja, dahinter noch. Jo. Okay. Ja, jetzt bin ich auf dieser Fläche. Was seid denn ihr? Nee, lauft geradeaus. Forest Bunny. Okay. Ja, der Bunker da hinten. Ja, tatsächlich. Sieht cool aus. Sieht cool aus. Hab ich ja noch nie gesehen in Hexit. Und den Stein kann man auch nicht abbauen. Den Bodenstein. Ja, der sieht nämlich ziemlich klasse aus. Es geht aber ganz weit runter. Lass mal da unten reingehen. Du? Auch wenn es aussieht wie eine Falle. Deswegen habe ich gewartet, bis du unten warst. Vielleicht ist das die Falle, dass du theoretisch nicht mehr raufkommst, weil du nichts abbauen könntest. Ja, aber du kannst dich ja hochbauen. Wenn du Materials hast, die Buchbauen schon. Oh, ja, du brauchst das Holz ab oder sonstig. Weil ich denke, es geht nicht aus, denn hier unten. Die Schieße, die Schieße, die Schieße. Die Schieße, die Schieße und die Schieße und die Schieße. Ich sagte nicht was essen. Ein Gewichtung. Und auch ein Labyrinth. Das könnte auch ein Labyrinth sein. Ja, das ist so breitisch. jetzt muss ich mal irgendwie schauen dass ich da was von meinem gedünst los haben ich denke wir können das abbauen und nicht mit dem was ich habe ich habe ein problem wenn ich den käfer nicht töte nein ich hatte volles leben du hast aber nicht wie sagst du den käfer nicht bei mir lag das gerade ich werde jetzt auch schon sterben server lag gerade schon wieder also ich kann laufen und so aber nicht schlagen bin gespannt wie lang es dauert ich fall jetzt aus der welt halb ekelhaft heute ich verstehe es nicht ich hatte ich hatte vollen vollen futter der server ist nicht stark genug für das modpack ich merke es muss ich unbedingt schauen dass ich da was dagegen mache ich bin zwar weil ich das überlebe weil du bist schon raus aus dem game es legt aber immer na gut das ist ja schon mal etwas ja ich muss den server dann nachher einfach kurz upgraden dann geht das besser jetzt kann ich wieder nichts machen ich will gerne noch dein zeug aufheben vorher ja doof mensch so ein pech auch ja ich laufe jedenfalls wieder dorthin jetzt wie lange geht dieser part noch ja so zwei minuten um den dreh ich kann nichts wegschmeißen oder sonstiges gar nichts jetzt nur da ist ein häuschen mit einem spawner schnell weg hier bin mir gerade nicht sicher wo bin ich denn bin ich in der normalen welt das hier die spalte ne passt schon dachte ich wo bin ich denn aber ich bin schon noch richtig glaube ich irre hier gerade durch die pampa ich habe einen turm gefunden hat es für den im twilight forest ich frage mich gerade ich glaube das ist nicht der twilight forest na nie dass er ja auf m direkt sehen indem diese riesige burg auf der karte ich sehe eben keine riesige burg auf der karte aber ich sehe ich bin auch ich glaube ich bin gar nicht da drin aber das sieht auch nicht wie meine karte aus und jetzt sind diese riesigen bäume genau in der normalen welt sein diese riesigen ja die gibt es auch da gibt es ein biomen für weiß sind ist normalerweise und dazwischen diese großen bäume okay dann bin ich nicht dort dann bin ich in der pampa bin es nirgendwo na klasse bin ich verwirrt hast du gerade sagen zum explodieren gebracht nee ich irre hier noch rum und frage mich wo ich bin weil auch die boy points auf der karte habe ich das gefühl sind ist nicht die karte die ich kenne ich glaube schon kleines stück dass die aufgedeckt wird hier müsste nämlich eigentlich die burg sein ich weiß nicht wo ich bin da lu wenn du f3 drückst steht da vielleicht irgendwas so funk mäßig oder sowas ach warte die passt schon ich bin schon da aber ich bin irgendwo anders gespawnt als wir reingekommen sind und der punkt auf der karte von dem ich mich wegbewegt habe war ja der deathpoint ich dachte das ist der startpunkt von den wir gestartet waren bin schon richtig na dann passt ja dann können wir die nächste folge wieder schön weiter starten ist schon vorbei ja dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder macht's gut schalt wieder ein bis dahin und tschüss tschüss tschüss